oh mein gott jetzt wird metallisch und damit willkommen zurück zu let's play ich krieg aufs maul ich glaube der gegner hat das mal wieder sehr gut auf den punkt gebracht vielen herz dank dafür dass du es für mich machst weil naja ich krieg nicht so wirklich hin und ich krieg wirklich alles hin ich bin ein held ein genie ich bin der größte skiller den das spiel jemals gesehen hatte und das war noch nicht mal übertrieben dass wir ernst gemeint ja ich krieg wirklich aufs maul das spiel hat am anfang schon demonstriert aber naja nur damit diejenigen wissen wir auch noch nichts davon gewusst ja das spiel hat sich zur aufgabe gemacht mich zu wollen in allen punkten die möglich sind ja diese sprechpause muss jetzt sein weil ich ja leider im jahr gerade scheiße baue ich bin durch nobody can stop me nobody can stop me because i have skill ich bin weiter haben wir den ring verpasst mal gucken ob ich das schaffe noch ne ich hab's jetzt schon verkackt ich sag's doch auch wieder ne ich spreche zwar nicht mal die letzte blärregel aber trotzdem krieg aufs maul ich will runter ich will es nochmal versuchen weil ich erst mal ein harter skiller bin das nur bereitstellen muss jetzt werde ich das gucken oh gott ich wäre jetzt bestimmt runter geflogen ich schwöre es mit euch auf dem fall aufs maul zu kommen das ist auf dem fall immer drin im spiel ne das haben wir schon immer gewusst ne mein gott ich gehe da runter holen wir drüben das gefällt mir ja der gegner mag mich ich weiß ihr müsst es auch nicht sagen weil ich ja schon weiß ich weiß alles über das spiel und das ist wirklich krank oh gott oh gott es ist krank hier ja genau macht noch kranker als es jetzt schon ist ich habe natürlich keine angst vor dem spiel nein überhaupt nicht nein wie komme ich darauf das spiel ist ganz sozial sagte ich dort ja ich meine ja es ist zum ausrasten warum steht dein monitor vor sich her bringen zwar nichts aber nun gut ich bin kein gegner waren wir nicht schon oder das ist nur ein irrtum meinerseits ich weiß es nicht na dann werden wir uns mal durch das 2d labyrinth mal durchfragen und es bis zum ziel schaffen wir waren ja mal fertig werden ja auch mit was passiert jetzt oh nein wir haben jetzt hier sony dead shock 1 in mania style also ich glaube wäre das jetzt sony dead shock 1 gewesen dann wäre es bestimmt schon längst verreckt ist aber nur so eine vermutung bäm sehr gut so kriegst du es noch schön aufs mal und ich glaube ich krieg auch aufs mal wenn ich das weiter so ausspreche yes ich habe eher angst vor dem gegner nicht weil sonne ja gegner von den kugeln fast ich dachte ich hätte ihn getroffen aber naja es war nur ein bildung ne yes jetzt geht's ab treffer treffer komm nein komm her junge fisten stirb gehe verrecken danke bye 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 wow wir haben echt 1 beendet das ist ja mal ein erfolg für mich cool bonus ich habe den immer noch nicht verstanden erklärt ihr mir mal oh jetzt haben wir echt 2 erreicht na dann let's go ja der skiller muss das mal nach oben hier weil mein skill mich immer nach oben führt aber nur verratet es keinem ne ist ja mein top secret hier wie ich so die weniger spiele jetzt müssen wir uns mal durchskillen nö kein bock das ist mein skill na gut that was my skill jetzt geht's hier rum ach das ab fand ich auch so geil im original ja ich will auch gefistet werden ne mein gott ich bin klein ich habe minimaschus gefressen nein wir sind heute nicht hier in dieser Fros.de da muss man die fressen aber hier oder nicht oh god ich hoffe man kann damit über Wasser laufen nein kann man nicht ich mache nur noch scheiße erzählen aber nehmt mal an es würde gehen wie würdet ihr drüber denken denn das möchte ich auch jetzt ja fliegen geht auch ich würde sagen da lang ich würde es einfach mal sagen ich weiß nicht was ihr denkt okay den erwische ich yeah down ah jetzt wird es insgesamt das war cool nein das war uncool nur bitte verrate es wirklich keinem dass es uncool war ich will dass das alles bleibt dass es cool war mal gucken yeah ich bin oben und yes ich will nicht backstampen aber ich krieg's nicht hin und yeah das war ganz cool nein das war's ne yes und jetzt yes ich bin oben bye bye suckers and say hello to the master wow mal gucken ich muss das schaffen wow mein skill ist mal wieder atemberaubt ich krieg ein feuerschild jetzt geht's ab okay 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 yes Wird sich ganz cool, ne? Komm. Der letzte noch. Jetzt geht's um die Wurst. Ich muss den erwischen. Ja. Gewonnen. Mit einem Ring. Ich bin der Ringmaster hier. Und Ray zeigt es auch. Wir haben's geschafft. Das war Act 2. Doch wie geht's jetzt weiter? Sehen wir gleich. Hä? Was ist das? Ist das eigentlich diese Festung, wo wir immer waren? Ja. Krasser Scheiß, ne? Auf jeden Fall. Wir bannen hier den Part. Im nächsten Part geht's hier weiter. Kommentar nicht vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin. Und Emerald. Ja. Du kannst auch den Part suchen. Weil du hast dir Zeit. Bis dahin. Und ja. Emerald kommt wohl. Bis dahin. Was ist das? Das war. Und ja.